Servus zusammen, ich bin Franz und ich liebe Busse und Berge und heute geht es mal wieder um Busse. Heute geht es genau genommen um Überlegungen zum Ausbau. In den letzten beiden Folgen habe ich ja einiges erzählt zum Thema Basisfahrzeug und zum Thema, wie sieht mein Bus überhaupt aus. Und heute geht es darum zu überlegen, wie bin ich denn überhaupt zu diesem Grundriss gekommen. Solltet ihr die vorige Folge zufällig gesehen haben, da habe ich ja schon erzählt, dass ich vor diesem T6-1 einen T5-2 hatte, den ich mit einem Längsbett hier ausgestattet habe. Es gibt also verschiedene Grundrisse, es gibt verschiedene Überlegungen und obwohl ich die gleiche Person bin mit den gleichen Hobbys, habe ich mich heute für eine Dreiersitzbank entschieden, die man zu einem Bett umbauen kann und davor hatte ich eine Längscouch ohne weiteren Sitzplatz. Darum solltet ihr euch zunächst mal die Frage stellen, was braucht ihr überhaupt oder was wollt ihr? Wie viele Personen wollt ihr mitnehmen? Wie viele Personen sollen hier drin schlafen? Zu welchen Zeiten nutzt ihr den Bus? Und diese Überlegungen sollten im Idealfall für die ganze Lebensdauer eures Busses gelten. Weil wenn ihr ein Neufahrzeug kauft und euch dazu entscheidet, es möglichst lange zu fahren, dann habt ihr das ja 10, 12, 15 Jahre vielleicht sogar. So, da muss man aber ziemlich lange in die Zukunft blicken und deswegen habe ich mich dafür entschieden, in diesem Fall jetzt eine Dreiersitzbank einzubauen und eben auch ein VW-Schienensystem nachzurüsten, weil es halt möglichst große Flexibilität gibt. Reden wir doch mal drüber, über die Personen, die ihr mitnehmen wollt. Es gibt ja bei dieser Standardgröße T5, T6, kurzer Radstand, ganz viele verschiedene Kombinationen. Von Zwei-Sitzer bis zum Neun-Sitzer mit zwei Reihen hinten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mindestens eine Reihe rauswerfen müsst, wenn ihr das zum Reisemobil anmelden wollt, ist ziemlich hoch, weil ihr braucht ja im Innenraum den Platz für einen Tisch, für Staumöglichkeiten und so weiter. Und das ist mit zwei Reihen schon ziemlich schwierig. Im Umkehrschluss, wenn ihr sagt, ihr wollt nur zu zweit in den Urlaub fahren, immer, ihr habt diesen Bus nur als Reisemobil, dann bietet euch das natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil ihr könnt einfach vorne zwei Sitze konfigurieren und dann hinten eigentlich eine Art Wohnmobil draus machen. Also wirklich mit dem, was ich auch hatte, mit so einem Längsbett, also das quasi sich zu einer Couch verwandelt und das man dann eben ausziehen kann. Das ist super flexibel im Bereich von Schlafen und Wohnen. Es ist super angenehm zum Sitzen. Man hat noch ziemlich viel Stauraum, man hat quasi beim Schlafen sehr viel Kopffreiheit, weil man die Couch relativ niedrig bauen kann. Es bietet halt dann keine Möglichkeit, mehr Leute mitzunehmen, außer ihr habt vorne die Zweiersitzbank als Beifahrer. Die Zweiersitzbank wiederum ist super unbequem und gerade wenn ihr ein bisschen größer seid, dann könnt ihr die kaum für längere Strecken zu zweit nutzen. Außerdem ist die Lehne super steil, sodass es ziemlich unangenehm zum Sitzen ist auf längere Zeit. Dann gibt es natürlich noch andere Konfigurationsmöglichkeiten, also zwei oder drei Sitze eben vorne und hinten mit dem klassischen Layout vom VW eine Dreiersitzbank, so wie hier. Die wäre allerdings ohne Schienensystem sehr viel weiter hinten nochmal. Da geht euch ein großer Teil vom Heckstauraum verloren. Und außerdem, wenn ihr die umklappt und im Bett drüber machen wollt, dann ist die extrem hoch. Das heißt, ihr habt hier relativ geringe Kopffreiheit. Das muss man mögen. Ich hatte das in meinem ganz ersten Ausbau auch so und es war einfach zu wenig Platz für mich. Man kann nicht mehr gut sitzen, man kann nicht mal richtig gut lehnen und das solltet ihr beachten. Hier die Dreiersitzbank im Schienensystem, die klappt sich so ein bisschen anders. Dadurch hat man ein paar wertvolle Zentimeter nach oben gewonnen. Die Zweiersitzbank vom Kalifornia zum Beispiel, die ist noch tiefer und da kann man dann richtig gut sitzen, auch wenn das zum Bett umgeklappt ist. Der Nachteil davon ist natürlich, ihr verliert Stauraum hinten. Für mich persönlich war jetzt quasi die Dreiersitzbank hinten und zwei Einzelsitze vorne das Optimum. Weil ich hier jetzt relativ viele Leute mitnehmen kann. Ich kann die Sitzbank verstellen. Ich habe damit variablen Stauraum hinten. Wenn man das klassische System von VW hat, das sind, ich glaube es heißt Clickfix, dann könnte man noch die vordere Sitzreihe drin lassen und die hintere eben rauswerfen. Dadurch hätte man extrem viel Stauraum. Auch wieder mit dem Nachteil eben, dass man die vordere Sitzbank sehr viel höher umklappen müsste und dann eben beim Schlafen Raum, Kopfraum verliert. Und noch eine Alternative gibt es, das gibt es im Internet Anleitungen dazu, dass man quasi die Zweiersitzbank vom VW Kombi von dieser Seite, die ist ja hier links und in der Mitte angemacht, nach rechts hinten rutscht. Da muss man einiges umbauen, damit muss man dann auch wieder zum TÜV. Nachteil davon ist, dass man wieder sehr hoch schläft, weil es ist ja immer noch die gleiche Sitzbank, die umgeklappt wird. Und der Vorteil ist aber davon, dass man andere Grundrisse realisieren kann, mit einer starren Bank zwar, aber man kann eine Art California Beach oder eben auch Ocean oder Coast draus bauen. Also ihr seht, zwischen zwei und ich sage mal fünf Sitzplätzen ist alles irgendwie drin. Jetzt kommen wir noch zum weiteren Punkt, nämlich wie viele Leute sollen hier schlafen. Das Wahrscheinlichste ist, weil hier ist relativ wenig Platz, dass ihr das zu zweit nutzt. Zwei Erwachsene und vielleicht ein Kind dazu. Das Kind, da gibt es extra Betten, da kann man dann im Fahrerhaus ein Bett drüber spannen. Das ist ziemlich praktisch. Und daneben gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, dass ihr euch ein Aufstelldach nachrüstet. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil aktuell die Preise seit Corona, seit dieser extremen Nachfrage nach Bussen durch die Decke gehen. Ich glaube, wir waren vor Corona bei ungefähr 6.000 Euro für ein Aufstelldach. Jetzt sind wir bei 9.000 Euro. Und das ist richtig viel Geld. Wenn man das mal gegenrechnet, kostet ja so ein Bus jetzt schon eine Menge Geld. Und wenn man dann nochmal ein Aufstelldach dazurechnet, also nochmal um die 10.000 Euro, wenn man dann vielleicht sogar noch ein Solarpanel dazu haben möchte und irgendwelche Schienen für Dachboxen und so weiter, ist man dann eben bei 10.000 Euro. Man hat dann natürlich viel mehr Platz, der sich für Regentage zum Beispiel eignet. Auf der anderen Seite hat man auch irgendwie 10.000 Euro ausgegeben. Und wenn ich mir denke, ich behalte diesen Bus 10 Jahre, dann sind das quasi im Jahr 1.000 Euro, die ich bei Regentagen dafür verwenden kann, um in ein Hotel zu gehen. Und 1.000 Euro ist schon gar nicht so wenig. Natürlich muss man dann wieder gegen oder könnte man dann wieder gegenhalten. Naja, so ein Aufstelldach wird natürlich den Wiederverkaufswert extrem steigern. Das stimmt auch so. Man muss sich halt aber auch darüber im Klaren sein, dass man nicht genau weiß, was in 10 Jahren ist. Werden die Buspreise total verfallen? Hat man den Bus vielleicht durch ein, zwei Unfälle richtig runtergerockt, sodass man eigentlich kaum mehr Geld dafür bekommt? Man weiß es ja im Grunde nicht. Deswegen bin ich bei so Wiederverkaufsspekulationen immer relativ vorsichtig und relativ konservativ unterwegs. Insgesamt ist es natürlich eine geile Idee, ein Aufstelldach zu haben. Ich bin, glaube ich, jedes Jahr kurz davor, eins mir anzusehen und verwerfe es dann eben wieder aus Vernunftsgründen. Weil man muss auch sagen, hier wo wir unterwegs sind, in den Alpen, sind ja die Wildstehmöglichkeiten relativ begrenzt. Gerade so Richtung Tirol oder so, wenn man dann mit einem Aufstelldach unterwegs ist und es aufgestellt hat, dann, glaube ich, sehen das einige Polizisten schon als campieren. Und dann hat man wahrscheinlich einige Probleme. Das heißt, im Umkehrschluss, ich kann das Aufstelldach häufig nur am Campingplatz verwenden. Und am Campingplatz kann ich auch theoretisch mir für wenige hundert Euro ein wirklich gutes Vorzelt oder ein freistehendes Zelt kaufen, das schnell auf- und abgebaut ist und mir dann eben noch viel mehr Platz und Möglichkeiten bietet für Regentage. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Überlegung, nämlich, wie nutze ich den Bus? Nutze ich ihn das ganze Jahr, so wie ich? Dann brauche ich auf jeden Fall eine Standheizung, dann brauche ich eine dickere Batterie, dann brauche ich hier Isolierungen, dann brauche ich vielleicht einen variableren Wohnraum, so wie hier jetzt zum Beispiel. Hier ist relativ viel Platz, gerade wenn die Bank aufgestellt ist, dann, sodass ich eben auch im Hochwinter, wenn ich um fünf oder um vier eigentlich von der Skitour heimkomme, irgendwie Platz habe zum Kochen, mich auszubreiten, meine Klamotten zu trocknen. Will ich den Bus nur in den anderen drei Jahreszeiten nutzen oder vielleicht sogar nur beim schönen Wetter oder vielleicht sogar nur, wenn ich in den Süden zum Campen fahre, dann kann ich anders arbeiten im Grunde mit dem Bus und spare mir vielleicht solche Sachen wie eine Standheizung. Auf die Isolierung würde ich nicht verzichten, weil sie auch die Fahrgeräusche und Lautstärke insgesamt im Bus runterdämmt. Und dann geht es noch darum, nutze ich den Bus super viel für Wochenendtrips oder nutze ich ihn eigentlich für längere Reisen? Ist das vielleicht sogar ein Busprojekt für eine wirklich lange Reise, für ein Sabbatical zum Beispiel, dann kann ich ja den Bus ganz anders planen. Wie auch immer ihr den Bus bauen wollt, hier ein kleiner Pro-Tipp. Bezieht, wenn ihr den Bus als Reisemobil anmelden wollt, den TÜV frühzeitig in eure Überlegungen mit ein. Fragt nach bei eurem lokalen TÜV-Prüfer, was denn die Anforderungen sind. Meiner zum Beispiel hatte überhaupt kein Problem damit, dass ich eine Heckküche einbaue. Er hatte aber ein Problem damit, dass ich einen Kartuschenkocher fest dort installiere und wollte eine Elektroplatte haben. Das ist bei anderen Prüfern wahrscheinlich anders, weil sonst gäbe es auf dem Markt nicht so viele Reisemobile mit eben diesen Kartuschenkochern. Für mich war das jetzt kein Problem. Wenn es für euch ein Problem ist, dann schadet es ja auch nicht, zu anderen Prüfgesellschaften mal zu gehen und nachzufragen oder nachzutelefonieren, was denn da die Auflagen sind. Weil da ist wahrscheinlich jede Gesellschaft so ein bisschen anders drauf und stellt andere Anforderungen. Was bei, glaube ich, keiner mehr stimmt, ist diese Mehr von der Stehhöhe. Das braucht man hier nicht. Mein TÜV-Prüfer hat gesagt, es muss ein Tisch sein, der man aber auch wegklappen oder wegbauen kann. Es muss irgendwie eine Kochgelegenheit sein, die aber auch im Heck drin sein kann. Es muss natürlich ein Bett drin sein und es muss irgendwie Stauraum drin sein und es muss irgendwie wohnlich aussehen. Und wenn ihr jetzt euren Wunsch-Grundriss habt, dann ist noch eine Frage, wie realisiert ihr denn den? Könnt ihr euch zeitlich, budgetär und auch handwerklich leisten, den selber auszubauen? Wollt ihr den vielleicht Teil ausbauen? Das heißt, so wie ich, das Schienensystem mehr oder weniger nachrüsten lassen. Wollt ihr die Fenster selber setzen oder wollt ihr sie setzen lassen? Oder habt ihr vielleicht, was ich empfehlen würde, schon einen Bus mit Fenstern? Wie geht es mit den Möbeln? Könnt ihr gut mit Holz umgehen? Oder ist es vielleicht sinnvoll, hier den ausbauen zu lassen? Oder ist es vielleicht sinnvoll, sich so ein Fertigkonzept zu kaufen, das man dann nur noch, nur noch in Anführungszeichen, zusammenschrauben und anpassen muss? Die gute Nachricht ist, es gibt für alles mittlerweile eine Lösung. Auch die Busausbauer und Teilausbauer, die sprießen ja seit Corona wirklich aus dem Boden. Und es gibt auch wirklich ziemlich viele coole Konzepte. Bei mir ist es so, wie ich in den ersten Videos schon gesagt habe, ich habe guten Zugang zu Holzbaumöglichkeiten und relativ guten Zugang noch zu Metallbaugeschichten. Deswegen habe ich ja mich getraut, die Fenster selber zu setzen. Würde ich heute auf gar keinen Fall mehr tun, weil es einfach trotzdem zu scary war, so zwei große Löcher in ein Neufahrzeug zu schneiden. Ich sage das irgendwie in jedem Video. Ich glaube, ich habe da wirklich ein Trauma davon. Auch wenn die Fenster dicht sind. Huh, Glück gehabt. Und hier würde ich euch wirklich empfehlen, sehr ehrlich zu euch zu sein. Wenn man zum Beispiel in einer Stadt wohnt, in einer Wohnung wohnt und der Bus irgendwo am Straßenrand parkt und man erstmal die ganze Zeit rumfahren muss, um einen größeren Parkplatz zu finden. Die Alternative ist, dass man sich irgendwo einen Garage, einen Platz mit anmietet, wo man halt da bauen kann. Das kostet halt auch wieder. Genauso wie es Geld kostet, sich vernünftiges Werkzeug zu kaufen. Und davon braucht man gar nicht so wenig. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel in den Möbelbau reingeht. Und oftmals ist gebraucht, einen Bus, der schon ausgebaut ist, zu kaufen viel sinnvoller. Oder so Küchenkästchen fertig zu kaufen, sehr viel schlauer. Da gibt es bei Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel ziemlich viele. Ich kann euch jetzt keine empfehlen, weil meins ist halt alles selber gebaut. Aber wenn ihr mal ein bisschen rumguckt und auch in den Foren fragt, da kann ich euch zum Beispiel das TX-Board wieder empfehlen. Da findet ihr auf jeden Fall ziemlich viele Tipps und Anregungen dazu. Ich gehe auch nochmal auf das Thema Möbelbau ein. Allerdings in einem späteren Video, nämlich im übernächsten Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt doch schon mal auf die Glocke oder abonniert den Kanal oder unterabonniert den Kanal. Dann verpasst ihr es auf gar keinen Fall. Das Video an sich ist jetzt relativ eigenverantwortlich, oder? Weil ich jetzt keine konkreten Tipps gegeben habe, sondern, naja, überlegt mal hier, denkt mal darüber nach, beachtet das und jenes. Wer sich jetzt noch wirklich konkrete Tipps abholen möchte, gerne. Also, wer zu zweit in den Urlaub fährt und mit diesem Bus Sommer wie Winter unterwegs sein möchte, zu reisen, ohne Leute mitzunehmen, dem empfehle ich, zwei Sitzplätze zu haben vorne und hinten ein Längsbett, also eine Couch, die ausziehbar ist, zu einem Bett. Und das wäre quasi vom Ende des Fahrersitzes ungefähr zwei Meter. Dann habt ihr hinten noch ungefähr 60 Zentimeter Platz für so eine kleine Küche. Da passt zum Beispiel ein Waschbecken hin, da passt eine Kühlbox hin, die ihr ausziehen könnt. Und ihr könnt dann auch von hinten kochen oder eben hier vorne kochen. Vorne noch ein Drehsitz auf dem Beifahrerplatz. Dann könnt ihr quasi übers Eck sitzen und könnt da auch nochmal irgendwie einen Tisch hinmachen. Und ihr habt freie Sicht durch die Schiebetür, was ziemlich cool ist. Diese Seite hier könnt ihr eigentlich komplett zumachen, sodass ihr da ein bisschen blickdicht seid, auch eine bessere Isolation habt gegenüber den Fenstern. Dazu kann ich auch nochmal im übernächsten Video was sagen. Und auf diese Weise habt ihr was sehr Geräumiges, Gemütliches, wo auch dann quasi noch Ski und alles Mögliche reinpassen. Auf dieser Seite da drüben könnt ihr dann im hinteren Bereich nochmal einen kleinen Schrank hinbauen. Wer von Haus aus einen neuen Sitzer hat, der hat noch einen Vorteil. Nämlich man kann auf genau dieser Position, also hinter dem Beifahrer, einen Einzelsitz hinbauen und kann auf diese Weise hier das Bett behalten. Und wer geschickt ist, kann gegenüber dem TÜV dann einen Dreisitzer argumentieren, weil man hat ja hier immer noch das Bett. Und der TÜV schreibt ja nicht vor, dass quasi alle Sitzplätze auch ein Bett sein müssen oder für alle Insassen es Betten geben muss. Sondern er schreibt nur vor, es muss ein Bett geben und einen Tisch. Und das kann man ja trotzdem noch bauen. Das wäre meine Konfiguration, wenn man zu zweit unterwegs ist, auch lang oder kurz. Das ist für mich so das Optimum. Wenn ich eine gemischte Nutzung des Busses hätte, zum Beispiel, dass ich mehrere Leute auf Tagestouren mitnehmen will, wenn ich mit dem Bus zum Beispiel auch Gegenstände transportieren will, dann würde ich auf jeden Fall zu einem Schienensystem greifen. Da muss man sich dann wirklich überlegen, kann und will ich das nachrüsten, kann und will ich das auch organisieren. Dann gibt es eben die Möglichkeit, so ein Schienensystem eben irgendwie privat nachzurüsten oder eben auch zu einem Ausbauer zu gehen, wie zum Beispiel Schnierle in Augsburg. Ob das dann unterm Strich das günstigste ist, muss man sich dann genau ausrechnen. Es wird auf jeden Fall komplizierter. Aber es gibt einem so viele Möglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel in den vorderen Bereich sogar zwei Räder reinbringen, wenn ich die Sitzbank ein bisschen nach hinten schiebe. Ich kann die Sitzbank nach vorne schieben und dann habe ich quasi ein schönes Bett. Dann habe ich auch hinten, wenn ich die so aufgebaut lasse als Bett, habe ich sauviel Stauraum hinten nochmal im Kofferraum für längere Reisen. Zum Beispiel im Sommer, da baue ich das Bett ja gar nicht zurück, sondern lasse es einfach und kann dann Supps und alles Mögliche da reinschieben. Hinten, damit muss ich dann auch die Fahrräder nicht reinmachen. Was wir zum Beispiel auch öfters machen, ist, wenn wir mit der Fähre fahren, dass wir die Fahrräder für die lange Fahrt bis zur Fähre erstmal hier hinten haben. Dadurch spare ich mir im Endeffekt Sprit und Windwiderstand und so weiter und so fort. Und dann erst am Zielort, auf der Zielinsel oder wo auch immer, das umbauen und umräumen und dann ist es fertig. Ob man da eine Dreier- oder eine Zweiersitzbank haben möchte, entscheidet sich noch an zwei anderen Dingen. Erstens mal, die Original California Zweiersitzbank kostet aktuell gebraucht ungefähr 2700 Euro. Die hier kriegt man schon mit viel Glück für 1000 Euro. Das ist nochmal ein riesengroßer Unterschied. Die Zweiersitzbank ist ein bisschen enger. Das ist auch beim Schlafen, müsst ihr euch überlegen. Da hat man, glaube ich, nur noch so 1,20 Meter in der Breite beim Schlafen. Hier hat man, glaube ich, so um die 1,60 Meter sogar. Man schläft hier ein bisschen höher. Man sitzt auf der Dreiersitzbank ein bisschen besser, weil sie ein bisschen konturierter ist. Die Zweiersitzbank erlaubt einem, dass man so einen California Grundriss macht. Entweder mit einer Bettverbreiterung auf der linken Seite oder eben mit einer ganzen Küche und Schrank und so weiter. Bei der Dreiersitzbank gibt es das nicht. Ich persönlich habe mich sehr gut mit der Dreiersitzbank arrangiert. Ich war davor auch sehr am überlegen. Aber die Dreiersitzbank gibt einem einfach nochmal mehr Flexibilität. Und es gibt dann auch einen sehr, sehr guten Topper von, ich glaube, Froli ist das Original. Mit so Viskoseschaum. Das ist extrem angenehm. Und wenn man da nochmal für längere Reisen zum Beispiel nochmal einen kleinen Schaumstofftopper drüber macht, dann schläft man wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich bin eher ein bisschen ein komplizierterer Schläfer. Für mich optimal ist dann noch ein kleiner Küchenblock zu haben. Ich habe immer in meine Busse Wasser eingebaut. Dementsprechend will ich auch hier ein Waschbecken haben. Und drunter passt auch noch wunderbar ein Kühlschrank. Das könnte man auch billiger haben, indem man zum Beispiel statt dem Kühlschrank eine günstigere Kompressorkühlbox dann eben zum Ausziehen reinbaut. Am Ende müsst ihr es wissen. Das wären so meine Tipps dazu. Aufstelldach nochmal die Überlegung, wenn ich viel Geld habe und ein kleines Kind habe und auf eine lange Reise gehe und eben dieses, das Feeling draußen zu schlafen, wirklich schätze, dann würde ich es, glaube ich, auch machen. Ansonsten, wenn man ein bisschen aufs Geld schauen möchte, wenn der Bus nicht das Ein und Alles ist, sondern es einfach noch viele andere Möglichkeiten gibt, wie man draußen Spaß hat, dann würde ich, glaube ich, darauf verzichten. Es gibt natürlich noch viele andere Grundrissvarianten, Möglichkeiten und so weiter. Schaut euch doch gerne um. Zum Beispiel bei Pinterest gibt es ja auch super viele Ausbauvarianten. Das waren jetzt so meine Favoriten, die ich für meine Situation cool finde. Und wenn ihr noch andere habt, könnt ihr sie auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da auf jeden Fall immer sehr interessiert dran, was andere Leute sich so überlegen. Das war es von mir jetzt. Im nächsten Video gehen wir ein bisschen detaillierter noch in die Ausbaugeschichten rein. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ciao! 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 Vielen Dank.